hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom ls20 nordfrisch marschierparkprojekt einem wunderschönen mittag. Heute wünsche ich euch jo in der letzten folge. Jetzt haben wir ja beim striegeln stehen geblieben mit kalanigen schwierigkeiten und jetzt fangen wir mit McCormick wieder zurück zum hof schauen wir was wir da noch zu machen haben. Ich glaube da haben wir mal düngen oder so oder kolken. Jo der cb fahrer macht dann das dort mit dem striegeln und wir schauen wir dann auch mal was der zu tun hat. Wir scharzen eigentlich doch beide Dinge aus. Die Bläh habe ich natürlich wieder vergessen. Okay. Ich weiß nicht ob das schief da steht. Und jo. Was macht eigentlich die Silage? 600 Liter ca. Schnappen wir mal hin. Was brauchen wir denn jetzt überhaupt? Wasser und Steine kommen zu Kolka aus. Ich weiß nicht. 11. 12. 17. 22. 23. 22. 22. 23. 23. 23. 23. 25. 24. so schauen wir, das ist das, da dort brauchen wir dann die Bäckerei glaube ich hier die Pau, wir haben ja wir haben hier wir haben Mehl, okay, das ist schon mal, jetzt nicht. Jetzt mal einmal das Oma, oder was? Jetzt gehen wir mal, aber die Mehl. Und dann schauen wir ihn. Die Wiesen ist nur gedüngt hier, lass mir jetzt mal abwarten. Die sind kapitel bereifend. Das können wir nicht mehr an allem machen. Jetzt aber erst einmal wieder so wenig zu machen und dann so viel zu machen, damit man nicht hinterher kommt. Das ist einfach wieder nicht so. Bis dann einmal die Wiese, Schulzeit hast und dann ein tolles Erfahrung wieder. Dann schauen wir uns erst einmal bei den Bieren. Was haben wir da jetzt überhaupt noch gesehen? Bis zum nächsten Mal. Oh, so wie auch. Ich weiß nicht, ob wir noch nicht mehr sehen können, aber ich weiß nicht, ob wir es sehen können. Ich kann vielleicht später noch ein bisschen ummachen mit dem Bearbeitungsstuhl, was Kustenkel Die gibt's denn auf der Map So, immer so Eigentlich eh immer gleich So, immer so So, immer so Bis zum nächsten Mal. 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 dann schauen wir mal ich vergete nur ein schon die Sucherei wieder nein ich mache 6.000 Liter ja ich mache 6.000 oder so ich muss mich an ich mache 5.000 Liter ich mache 6.000 Liter ich mache 5.000 Liter ich mache 5.000 Liter und ich mache 5.000 Liter Ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es gerne mal in meinen natürlichen Kommentaren. Schammer. Ich bin glücklich. Ich habe es schon. Okay, er nimmt das an. Das passt perfekt. Wollt ich 3? Das gefällt mir wohl. Also die Animation und das gefällt mir wohl. Ich habe das. Ich habe das. so so Ok, ich werde auch immer äcklen. So. 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 Oh, sind keine Rasse eigentlich schon genug. Oder was waren sie hier? Schreibst du das gerne mal in die Kommentare. So, dann sind wir schon am Ende der Folge umgelangt. Ich hoffe, es wird euch freuen, wenn ihr euch noch so gerne Abo und ein Like durch schaut. Bis zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dann, muss gut. Ciao, ciao.